Wo sind wir jetzt hier? Am Hafen. Am Hafen sind wir jetzt hier? Ja genau, beim 434. Was haben wir heute noch so erlebt? Comic-Tag. Wir haben ganz viele Comics gekreilt und wir gehen erst mal um den Hafen Geburtstag. Ich würde mal sagen, wir werden gleich die Comics noch mal zeigen, oder? Ja, die Comics. Gehen wir noch mal in den Park, bis in die Farm. Moin Moin Freunde, herzlich willkommen hier aus Hamburg. Schöne Grüße mit dem lieben Fantomas. Habt ihr schon in der Anfangssequenz gesehen. Wir sind heute unterwegs gewesen auf dem Hafengeburtstag, den Gratis-Comic-Tag, der hier natürlich auch war. Bei drei Comic-Läden waren wir gewesen. Richtig, oder? Ja genau, wir zeigen euch gleich die Gratis-Comics, die es heute gab. Wir haben einige abgestaubt. Wir waren in drei Läden in Hamburg und macht Spaß. Seid gespannt, was wir euch jetzt nämlich hier zeigen. So, Flohmarkt war nur heute einer gewesen, wo wir gewesen waren, in der Bramfeldstraße. Das ist Nähe Otto. Ja, ist so teilweise ein bisschen sehr viel auch Basarmäßig. Viel Ramsch, auch viel halt so, ja, wie man es halt kennt vom Flohmarkt. Viele Preise und so weiter. Ich werde jetzt noch mal ein paar Bilder einblenden. Ist natürlich auch teuer gewesen. Eine Wii für 60 Euro. Geht nochmal in Ordnung, wenn man das natürlich verkaufen will. Ich kann natürlich auch mal ein paar Tipps und Tricks bei Instagram zeigen. Ich verkaufe die auch mal äußerst, also ich gehe auch mal auf den Flohmarkt. Kaufe das auch mal an und verkaufe das. Das ist keine Kunst. Habe ja auch schon mal Thomas gesagt und so weiter. Dafür habe ich nochmal ein Kleingewerbe angemeldet. Thomas geht auch mal hin und ein bisschen schlendern, oder? Ja, auf jeden Fall. Da kann man hingehen, kann man ein bisschen rumgucken. Da darf man nicht zu viel erwarten. Wie gesagt, das ist wirklich viel Ramsch und viel 90er-Zeug. Aber wirklich dieses ganze Müllkram, so Elektrogeräte, Videorekorder. Also alles, was du bei Haushaltsauflösung findest, findest du da ziemlich viel. Es sind aber auch ein paar private da, die dann sonntags keine Zeit oder keine Lust haben. Ist auch der Vorteil, dass sie da Stände haben, die du anbieten kannst. Also du brauchst keinen eigenen Tisch oder so. Das ist ja ein Vorteil. Das lockt dann auch ein paar Leute an. Aber alles in allem ist es so, wenn du Sonntags nichts zu tun hast, kannst du da gerne hingehen. Ja, habt ihr schon gehört. Also er war mäßig. Ich habe zwei Sachen gefunden. Ich kaufe hier manchmal so ein bisschen ältere Sachen an. Wisst ihr, Retro-Schiene? Die läuft ganz gut. Und ich habe da natürlich nichts... Ich habe jetzt zwei Euro ausgegeben für zwei Sachen. Einmal My Little Pony von 1987 von Hasbro. Die sind ganz schön gefragt bei den Mädels. Kann man mal so für 10 bis 15 Euro sogar teurer verkaufen. Die Einhörner sind auch sehr gefragt. Und einmal fand ich ganz interessant der Viewmaster. Mickey, Donut und Goofy. Das sind so drei Platten, die man sich da halt angucken kann in diesem Teil, wo man reinschauen kann mit Erzählgeschichten. Auch für einen Euro. Ich weiß jetzt nicht ungefähr, wie der Preis ist, aber war sehr interessant. So kann man das hier nochmal so sehen. Es ist ein kleiner Haul. Wie gesagt, vieles war halt überteuert oder war, wie gesagt, auch nicht mehr so gut in Schuss. Dazu erstmal nur ein kleiner... Ja, das war ein kleiner Flohmarkt Haul. Das Highlight. Ach, das Highlight. Das Highlight war natürlich ein Avenger, den wir noch nicht kannten. Und zwar Superman. Als Infinity War Packung. Also es war eine Infinity War Packung, aber Superman war drin. Und wir waren tierisch begeistert. Und die arme Frau hatte leider keine Ahnung, dass es eine Bootleg ist. Aber ja, für fünf Euro wollte ich es nicht kaufen. Für zwei hätte ich es gekauft. Hätte ich es euch gezeigt. Aber na gut, vielleicht blendet Dennis ja noch ein Bild ein. Ja, das ist schon alles eingeblendet. Das waren die Flohmarkt Sachen. Kommen wir weiter zu den gratis Comic Tag. So. So, da sind wir wieder da mit einem anderen Kamera im Winkel. Sorry, meine Kameras sind alle geworden. Wenn man mal mit Profis arbeitet. So. Der erste Comic Tag wieder in diesem Jahr. War natürlich überall gewesen. Panini hat wieder ein paar Comics springen lassen. Splitter, Verlag, alle möglichen Verlege. So, ihr habt natürlich die Möglichkeit gehabt auch zwei oder... Wo guck ich jetzt rein? Da vorne, ne? Natürlich zwei oder mehrere Comics zu bekommen. Das ist immer abhängig von den Händlern. Und ja, also es gab natürlich eine gute Auswahl. Wir wollen euch mal gerne zeigen, was haben wir denn heute gratis bekommen. Erstmal haben wir bekommen Heroes in Crisis, ne? Das ist das neueste Event, was jetzt hier bald rauskommt. Mit den ganzen DC Universe. Ja, das einmal. Und dann Spider-Man. Mit zwei Previews. Spider-Gaddon und Venom. Ja. Sieht auch sehr nice aus. Aber wenn man jetzt das hinten so ein bisschen guckt. Da haben wir jetzt hier nochmal Simon Spector. Er hat gesagt, der soll ziemlich blutig sein, der Comic. Und auf jeden Fall ist er auch ziemlich gut geschrieben. Hat gesagt, das ist gut. Den machen wir. Jetzt bist du dran. So. Sind wir schon weiter? Ja. Dann haben wir noch Trachtman. Das scheint so ein deutscher Comic zu sein. Und ja, der sah halt ganz lustig aus. Haben wir halt auch mitgenommen. So. Und dann als nächstes. Warte. Was haben wir jetzt hier noch? Ah, Conan. Conan. Das ist hier nach einer Erzählung von Robert E. Howard. Der Conan der Cimera. Von Splitter. Jenseits des Schwarzen Flusses. Sieht ganz gut aus, ne? Vom Splitter Verlag, ja. Und dann haben wir natürlich noch Werner. So muss das. Ne, besser ist das. Und ja, ich glaube, das ist, also die Bände sind jetzt wieder neu aufgelegt worden. Und ich glaube, das ist das Fußballspiel als Comic nochmal. Aus dem ersten Teil. Wenn ihr das noch nicht kennt. Ja, das ist ja. 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 Auch nicht schlecht. Kann man mal mitnehmen. Und hinten natürlich noch drauf. Hier wäre alles Rennen. Ne? Oh, ich habe das Mikrofon gar nicht mehr. Ja. Dann haben wir noch Voltron. Fusscode Verlag. Ne? Ne? Voltron. Die Prüfung. Ne? Ja. Wird ein klein. Für mich persönlich. So. Und dann waren unsere Geschmäcker noch ein bisschen verschieden. Weil wir haben noch ein paar andere gekriegt, ne? Das Exarm. Ich auch noch hier. Kultgeschichten von Kultcomics. Haben wir auch nochmal. Gottgereiz. Captain Berlin. Der wirklich sehr begehrt war. So, das waren mal die Comic-Comics gewesen. Ihr seht ja, eine ganz große Auswahl war dabei. Ähm. Wir waren bei drei Comic-Läden gewesen hier in Hamburg. Einmal Comic-Kollektiv. Comics. Und jetzt dann auch noch Comics Total. Da kommt man, wie gesagt, bei einem musste man halt würfeln. Da konnte man halt zwei bis sechs Ausgaben bekommen. Dann bei dem einen konnte man sogar dann halt für zwei Stück bekommen. Dann hätte man was eingekauft. Dann hat man sogar noch mehr bekommen. Drei Stück dazu. Konnte dann aber auch nochmal würfeln. Wenn man eine sechs Gewürfel hat, hat man einen Poster bekommen. Was da drin ist, werdet ihr nochmal bei Instagram sehen. Ja. Dann, ähm. Kann man natürlich noch so ein paar Lesezeichen abstauben. Hier. Postkarten. Gratis Postkarten. Thomas hat hier noch. Ganz verschiedene. Also ich zeige es dir, sagen wir mal so. Aber es sind halt Batman. Es ist der Joker da drauf. Hier sind noch ein paar Anime-Postkarten mit Aufklebern. Auch ganz nett. Wie gesagt, kann man mal vorbeigehen. Comic-Laden. Ja. Auf jeden Fall. Und das war der Comic-Tag gewesen. Der Gratis-Comic-Tag. Ich hoffe mal, ihr habt euch das auch losgegangen. Habt euch die Comic-Gold. Vielleicht neue Comic-Gold. Haben wir auch noch gemacht. Einmal nämlich das hier. Das Raring-Cover. Die Überraschungstüte. Für 5 Euro. Da sind ja immer, was weiß ich schon drauf. 1 von 80 Raring-Covers. Limitiert auf 200 Exemplare. Die waren auch sehr schnell weg. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Das machen wir aber extra auf Thomas, sein Kanal. Ne. Da werdet ihr das Video dann halt sehen. Gute zu Guterlades. Weil das ja Nerdtaste unterwegs war hier in der Art. Wie gesagt, das eine Video seht ihr ja auf Thomas, sein Kanal. Und ich war jetzt zum ersten Mal auf dem Hafengeburtstag gewesen. Das sind so ein bisschen die kleinen Eindrücke. Werdet ihr nochmal kurz jetzt hier nochmal sehen. Was habt ihr hier gesehen? War viel los. Viele Fressbuden. Konntest Alkohol trinken. Alles Mögliche. Konntest natürlich auch alles Mögliche halt. An Schiffe sehen und so weiter. Wenn man da Bock drauf hat, klar. Also für Familie ist auch was da gewesen. Also es war trotzdem ein schöner Tag. Ja, ich würde sagen, das war es eigentlich auch gewesen von unserer Seite. Guckt bei ihm vorbei. Lasst gerne ein Like hier. Lasst gerne ein Abo hier. Und wir sagen Leute, bis dann und tschauern. Bam. Ja, macht's gut. Auf Wiedersehen. Gern geschehen. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.